Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Naruto Ultimate Ninja Storm. Wir sind hier bei Ichirakus Nudeln, oder ich war dazu eher gesagt, hab mich ein bisschen verbessert so, und jetzt können wir die Mission noch starten. Also noch einmal. Unser Fehler ist nämlich, dass wir einfach zu wenig Chakra haben. Mit mehr Chakra müssten die Sprünge einfacher sein. Und... HEP! Schon viel besser. Ah, Mist. Aber es war gut. Ich hab mich wahrscheinlich nur falsch positioniert. So, Dreh, 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 Dreh. Oh. Das wird nicht klappen, das wird nicht klappen. Ah, ich hab's geschafft. Naja, ich muss die ja nicht alle sammeln. Wie man sah. Egal. Ein großer Kampf mit Gamma Bunta. Sucht ihn euch später. Konoha, Magu, Udon und Mubuiki verstecken sich. Mal wieder. Wir sind gar nicht weit von hier. Au. So, hier bin ich. Ich hab' auf dich gewartet. Du forderst mich heraus, obwohl du wieder und wieder verlierst. Du bist hartnäckig. Du bist derjenige, der gesagt hat, du würdest mir jederzeit einen Rückkampf gegen erinnern. Erinnerst du dich? Nun ja, das hab' ich gesagt, aber... Dein Wort bindet dich. Das ist richtig. Endlich bekomm' ich meine Rache. Übrigens, Muiiki ist diesmal in meinem Team. Oh mein Gott. Ich werde nicht verlieren, Naruto. Einverstanden. Ich nehme deine Herausforderung an. Das wird heftig. Ein gefährliches Versteckspiel mit Konoha Maro. Zeit, das wahre Können zu beweisen. Das ist das letzte zum Glück. Dann gibt es nichts weiter zu sagen, außer, dass ich dieses Mal gewinnen werde. Also los. Ich werde dich erneut finden. Gut, dann legen wir los. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Die Zeit ist um. Jetzt komme ich. Komma Maro, Udon und Muiiki. Ja, ja, ja. So. Hier gibt es noch genug Dinge, die sagen können, wer wo ist. Ähm, dieser Pfeil ist eindeutig. Hab dich gefunden, Udon. Ach, ich dachte dieses Mal hätte ich dich. So, der nächste bitte. Also, Udon ist erledigt. Ah, nein, was mache ich denn da? Ich wollte doch nicht die Kiste. Ich wollte hier den hier. Na, darunter nicht. Und man kann es ja mal versuchen. Da ist noch jemand, der mir sagen kann. Dafür habe ich eigentlich keine Zeit, aber auch was soll's. Wo ist er? Wo ist er? Moeiki hat sich da irgendwo versteckt. Ich habe ja noch 85 Sekunden. Ah, Mann. Wo ist er? Oben gibt's nix hier, ja? Verstecken. So. Ich bin nicht gut dort. Oh, Mann. Diese ganzen... Wände regen mich auf. So. Ey, das gibt es nicht. Ich habe nicht mehr viel Zeit, das wird knapp Einer ist dort Dann suche ich mal Moegi Moegi kann sich nicht lange mehr verstecken Okay, ich habe Moegi gefunden Denke ich mal, irgendwo hier Aber hier gibt es keine Kiste Alter Ab dich Ich habe verloren, ich gebe zu Nee, 18 Sekunden 2 zu finden Nochmal Das ist so asoziale Mission Wie soll ich 3 Leute finden Innerhalb von 130 Sekunden So, where is he hiding? Vielleicht der hier? Nein Komm schon Nee, speichern geht ja jetzt nicht Mann Ah Moegi kann jetzt aber nicht weit sein Das könnte Moegi sein Das könnte Moegi sein Das ist aber nett Oder das Oh Mann Jetzt habe ich dich So, dann Gucken wir mal Also Blau ist Udon Und grün ist Konohamaru So, dann folge ich mal dem blauen Teil Ich kann mir sagen, wo wer ist Irgendwo da Leck mich Warte mal, der zuckt Warte mal, der zuckt Oh, noch 50 Sekunden für zwei Ach, können die nicht mal in der Nähe von denen sein, die es mir sagen Die ganzen Weißen regen mich auf Die sammeln nämlich nichts Gucken wir mal, wo ist da? Udon ist da Was sind hier die Leute vielleicht mehr? Ich brauche aber auch noch Udon Ich glaube, beide führen in die Richtung Uuuh Warte mal Nein 20 Sekunden noch Udon, ich hab dich gefunden, Udon So Jetzt Konohamaru Nein Ich hab noch 6 Sekunden Das war's Ich hasse das Spiel Ganz ehrlich Ah, aber damit werden wir jetzt den Rest des Puts verbringen Da ist er schon mal nicht Du dann Ach, komm Na komm, der nehm ich den erst mal Warte Der blaue Ist dort irgendwo Geh ich erst mal den blauen suchen So, jetzt bin ich in der Linie des blauen So, jetzt bin ich in der Linie des blauen Ungefähr hier in der Linie muss er sein Nächstbeste Kiste am besten hochheben Da unten sind noch welche, die mir sagen können, ob Udon hier irgendwo ist Oh Mann Ich werde noch wahnsinnig Scheiße Hier irgendwo muss ne Kiste sein Aber ich hab keine gesehen Aber ich hab keine gesehen Da, da ist er Udon Gefunden Die anderen sind ziemlich weit weg Sind nämlich in die andere Richtung Mal ein bisschen Geschwindigkeit reinholen Ich muss ja um diese scheiß Gebäude überall rumlaufen Das macht's mir nicht einfach Konno Amaro noch weiter Das kann nicht Konno Amaro sein Hier irgendwo in der Nähe Ich hab schon verloren Wer da Weil ich einfach viel zu weit laufen musste Schon für Udon Ich hab Moegi gefunden Was? Ach komm, leck mich 10, 12, 10, 11 So viel für diese Scheiße Mann Das ist die behinderte Mission von allen Die lass ich gleich aus, wenn ich die nicht find Toll, der schickt mich da runter Okay Da komm ich nicht drauf Ich glaub ich geh zum Zentrum Die ganzen Leute stehen Ich frage jetzt erstmal so viele Wie es nur geht So Diese Scheiße Gebäude sind's mir zu viele Das kann ich vergessen Also Muss ja schon für einen zurücklaufen Boah, die ganzen weißen Pfeile sind sowieso scheiße Ne Komm Leute Vergesst diese Mission Es ist ihr behindertste von allen Drei Leute zu suchen ist okay Aber die sind an drei verschiedenen Stellen versteckt Und zwar auf der ganzen Karte Behindert Wenn man Pech hat Sind sie sogar alle an ganz anderen Enden versteckt Also Bis zum nächsten Mal Bye bye Euer Svenita ö .- att euer noch das